Herzlich Willkommen bei D.P.O.R. den Dark Priests of Raven. Ich bin daran und wieder einmal bin ich in League of Legends unterwegs. Natürlich wieder in dem neuen Modus Ultra Rapid Fire und zum zweiten Mal in Folge als Tristana. Da die erste Runde so gut gelaufen ist, dachte ich mir, probiere ich das doch gleich nochmal aus. Gut, und diese Runde fängt dann schon mal nicht so toll an. Drei Leute stehen noch auf Karum. Beziehungsweise zwei. Einer hatte ja ein Disconnect. Naja, dann kann das ja lustig werden. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Gehen wir in Reichweite! Okay, einer hat sich jetzt dazu entschieden, doch zu spielen. Varus. Wer fehlt noch? Poppy. Poppy hat eben auch ewig lange geladen. Also hoffe ich mal, dass sie noch kommen wird. Ja, und Twisted halt mit dem Disconnect. Ah, Twisted wieder da. Poppy hat eingekauft. Na, sieht doch gut aus. Na komm, Twisted. Jawoll. Gerade noch rechtzeitig. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? La Frianonvi. So, da haben wir doch schon den Ersten und das war auch gar nicht mal so schwer, würde ich mal behaupten. Normale Tristana. Gegen Piraten, Tristana. Au, Heiltrenker auf die falsche Taste gelegt. So, und da ist die andere Tristana auch wieder. Gehen wir in Reichweite! Das war jetzt auch nicht sonderlich schwer. Aber naja. Das wär gut für uns. Na, hier steht immer noch das Tote mit dem Gebüsch. Ich dachte schon, Tristana wollte schon wieder wissen. Hm. Hm-hm. In den Reichweite! Hoh! Hehehehe! Hurra! Ja, Lena! Ah, schade. Hätte ich das gewusst, dass er noch mal so gut trifft, dann hätte ich das gemacht. Oh, dann eben jetzt. Oh, Twisted-Tee nicht mehr erwischt. So, aber ich port mich jetzt lieber erstmal zurück. So, das. Und ein wenig Tempo. So, einen Heiltrank haben wir ja noch. Anlegen, zielen, Feuer! Ein Verbündeter wurde getötet. So, oh, Master hier räumt auf. Wer eigentlich immer in diesem Mode. Oh, da verrutscht mir doch glatte Maus. Schade. Autsch. Vorsicht, Twisted. Nicht übertreiben. Ah, da kann ich auch genauso gut nochmal zurückgehen. BRB bedeutet Being Right Back. Also, ich bin gleich wieder da. So. Das war doch wohl hoffentlich nicht wieder je, doch. Eieieiei. Wer am Anfang schon so stark wird. Ist für uns natürlich nicht so doll. Wollten wir doch mal mitnehmen, ja. Jetzt geht noch mal ein bisschen mithelfen hier. Jetzt mal gucken, ob ich da oben mal ein bisschen was mithelfen kann. Aber erst mal den zusätzlichen Buff holen. So, und jetzt mal schauen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Anlegen, zielen, Feuer! So, jetzt soll er lieber schnell weg. Bevor sie sich noch in seinen nächsten Tower holen. Ah, dammit. Aber wenigstens noch mit klein gekriegt. So, Bluestuster geholt. Die Stiefel. Und als nächstes die Klinge der Unendlichkeit. So, jetzt soll er das Feuerwerk sehen. So. ups da hatte ich doch eben dauernd die falsche Traste erwischt ich wollte mich ja eigentlich da runter porten na Dickie, Olaf komm her ich will auf etwas schießen ich will auf etwas schießen ich will auf etwas schießen na das haben wir doch schon gemacht gegen Hugh und Olaf ist ja mal nicht so leicht ich will auf etwas schießen oh die Botlane ein bisschen freimachen und dann werfen wir uns mal wieder ins Gefecht ich will auf etwas schießen ein Gegner wurde getötet so jetzt aber fix zurück so jetzt so Sooo schön als team zusammenspielen ist ganz wichtig da oben kann ich mich glaube ich jetzt nicht mehr importen und das heißt unser tor da oben wird dann gehen aber das habe ich leider auch zu spät gesehen so und jetzt nicht unbedingt master hier über den weg laufen na ich muss erst mal hier oben bleiben sind doch noch beide hier der gegner hat einen turm zerstört das sind noch da sind war ja irgendwo klar jetzt muss ich mich leider doch zurückfallen lassen aber mein team pusht ja unten ganz ordentlich so jetzt aber erstmal fix heilen wieder so manche leute machen das da unten ja ganz anständig tja kam ich leider nicht mehr ganz rechtzeitig tja was soll ich machen ich muss ja leider deffen so master hier ganz hinten nicht aufgepasst nicht aufgepasst da bin ich auch voll reingerannt ja was wollen wir uns doch noch schön dass den auf jeden fall so jetzt wird es aber spannend hier beide basen ziemlich da so erwischt so das dürfte auch jetzt aber ein ass gewesen sein und da unten naja läuft auch jawohl die gegner haben noch eine sekunde bis tristana naja passt doch auf schade hey aber tristana stirbt bei dem versuch auch wieder so und jetzt darf ich auch wieder leben runterporten hat im moment glaube ich noch keinen sinn nein aber beim nächsten mal alles klar ich will auf etwas schießen der gegnerische inhibitor wird bald wieder aufgebaut euer inhibitor wird bald wieder aufgebaut sein ja nicht schön hier haben wir zwar gekriegt ja ein verbündeter wurde getötet ein verbündeter wurde getötet ein verbündeter wurde getötet der gegner hat einen turm zerstört eieieiei aber ich hoffe ich konnte wenigstens lange genug aufhalten jetzt da sind sie wenigstens alle zurückgekommen das muss mein team noch lange genug durchhalten und dann können wir das auf jeden fall noch reißen nur die gegner sollten jetzt eigentlich den baron machen würde ich an ihrer stelle auf jeden fall ein gegner wurde getötet oh oh wir sollten wirklich als team spielen und dann haben wir denke ich mal aber eine gute chance schaffe ich denn noch schnell ein verbündeter wurde getötet ein gegner wurde getötet euer inhibitor wurde zerstört gegnerische doppeltötung so könnten wir jetzt bitte mal zusammen bleiben dein glückstag ein glückstag ja ein glückstag ein glückstag Anlegen, zielen, Feuer! Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich will auf etwas schießen! Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Die Rose sticht! Ah! Lauf doch nicht weg, Varus. Naja, er kriegt ihn aber noch. Schön. Doch noch ganz gut gelaufen. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ass. Tja, das sollte es doch dann gewesen sein. Also auch die zweite Runde mit Tristana sehr erfolgreich. Und wieder ausgebaut. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Aram.